Es geht weiter zum Let's Play Penumbra! Ich habe jetzt vor allem schon ein bisschen weitergezockt. Also offline. Den kann man nicht nehmen, aber ein Schlüssel. Ein alter Schlüssel. Der würde uns nicht helfen. Da bin ich mir sicher. Sehr sicher. Wenn das mal laden wird. Herrlichkeit. Da bin ich noch 5. Na natürlich, das ist fähig. Oder doch nicht? Oder doch nicht? Das ist das Office. Das ist der Kommission. Die Dinge, wo wir reingekommen sind. Jetzt bin ich für den Teil der Stocken. Aua! Nur 5. Yeah! Dann weiter. Mit starken Legs. Okay, ich blockiere die Tür. Nein! Mach! Scheiße! Scheiße! Warte, fuck! Scheiße! Ich leck mein Pult jetzt. Aber wir wissen, wie es weitergeht. Scheiße! Scheiße! Ich leck mein Pult jetzt. Ich gehe nicht. Nein! Und jetzt schleppen wir einen Skypad. Oh mein Gott, hoffentlich sieht das Tier mich nicht. Es geht weiter. Hoffentlich leckt es nicht mehr so. Oh, ich hätte schon wieder angestiegen. WTF? Lauf schneller! Ich wollte nicht wissen, was mir gerade vorliegt. Es geht los.